ich sprengt sich voll an dass es das war schwer das war schwer grammatik girl grammatik girl ich weiß nicht wo ich hin muss einfach irgendwo absetzen nein du hast mir den ersten ding geklaut du bist gar nicht die einzige die schlecht ist ja das finde ich total schön wir sollten auch mal dieses fragezeichen die ganze zeit an dem sand gestorben wir müssen doch das fragezeichen einsammeln ich habe jetzt auch eine neue map also wenn ich mal hoste können wir die auch benutzen und zwar den pier ja aber das problem ist dann kann man nicht mehr spielen ne den haben wir für mich vorhin freigeschaltet achso ok schade ja du bist böse du kommst sowieso nur geboren es geht in dem spiel darum böse zu sein leider ich hole uns jetzt das ding du bist sowieso tot oh gott ich sterbe ich hier noch an den teilen oder was oh gott oh gott ist das belastend ey sonja möchtest du mal das päckchen holen ja ich bin ich bin aktiv dabei mann ich will nur nicht da weit rauf gehen naja jetzt bin ich dabei drauf gegangen ey schass ok renee wir müssen das jetzt holen ok mach mal heißt jetzt wir müssen das päckchen haben ähh oh mann ich weiß nicht ich mach einfach Stachelgrad hier ist nur ne plattform ach ne warte dann ist es einfacher ich werde trotzdem daran sterben wieso nicht anders ist mir egal so einfach geht das sonja na toll hm das ist jetzt wiederum schwieriger nein oh mein Gott guck mal bitte rüber springen danke oh dieser teleporter ich glaub dir Sonja ey das macht Sonja immer das ist so lame ja aber ihr bemerkt das alle immer nicht ja aber das Problem ist sobald man das einmal weiß kann er nicht mehr benutzt werden warte bist du über den teleporter dahin geholt jaa ja ich war sogar ernst Sonja guck mal ich tanze sogar neben René das ist doch fast ne Ehre krass oh meine ich mag dich nicht mehr ich mag dich nicht mehr ich mag dich nicht mehr du hast diese map oh meine wo soll ich denn wo soll ich denn hä ich war einfach musst du mir helfen weil sonst mache ich irgendwas falsches und dummes du kannst nichts falsches machen du kannst nichts falsches machen Gott hey Leute die Qualität bei euch fuckt mich richtig ab habt ihr nicht irgendwie dass ihr zwei Kopfhörer einstecken könnt oder so keine Ahnung zwei Kopfhörer ein map für dich Sonja mein 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 sharing ding nicht geht nicht oh Gott das war richtig knapp es geht doch ums Mikrofon sondern nicht um die Kopfhörer ausstürmen sorry mein am hoff kannst du dich umbringen da kommt man nicht hoch no man kommt nicht hoch ich wollte es nicht weiter raus zurückern weil René zu tief gesetzt hat die Plattform sonst wären wir nicht an die box ich dachte ich wäre das Chameleon gerade scheiße nein oh no ey mein leid René du kriegst Punkte bin ich mir nicht so sicher. Das Hähnchen hat es geschafft. Du darfst uns nicht enttäuschen. Solo-Punkte noch, ey. Unverdient. Warum unverdient? Er hat es auch geschafft. Also ich akzeptiere, dass er verloren hat. So true. Ich muss jetzt einfach nur gucken, wie schwer ich für euch machen kann. Oh, die fliegt jetzt ein. Nein! Oh Gott. Mano! Wir hätten später losgehen sollen. Oh nein. René, du bist wirklich viel zu gut darin. Ich glaube, ich lade ein Video hoch, wo ich all deine Siege rausgeschnitten habe, und dann ein Video, in dem du halt eigentlich fünfmal gewinnst oder so. Mann, jetzt spring endlich. Yay, herzlichen Glückwunsch. Oh wow. Ich hab Fallpunkte gekriegt. Oh Gott. War das ein bisschen böse, ne? Ist das dann noch zu schaffen? Ja. Ist wahrscheinlich nicht mehr zu schaffen, glaube ich. Warum hast du denn noch Stacheldraht hingeparkt? Weil ich es kann. Weil ich eh nicht dahin komme. Ja, vor ganz Tagen. Ich hab nicht gesprungen. Warum zwei Figuren nicht gesprungen? Ich hab auch A gesagt. Awww. Ich finde, auf der Tastatur ist es viel leichter. Ja. Jetzt sehen wir, also René, wenn du das schaffst ohne Witz, dann kriegst du ein Fünfer von mir. Was schwerst wirst du nicht schaffen. Jetzt hab ich Leistungsdruck, jetzt krieg ich das bestimmt nicht hin. Okay, fünf Euro. Ja, sag ich ja. Das lag natürlich nur daran, ja. Ja. Natürlich. Hm, warum nicht hier eigentlich Stroh rum? Warum kommt man hier unten zu sterben? Ja, sowieso soll sterben. Wer hat da die Tür hingesetzt? Jawohl. Ja, was ist denn das hier unten? Kommt man da nicht hin? Ja, ist doch gestorben. Oh Mann. Mann, ich bin so doof. Welche Mission war denn der Holzbalken hinter der Blume? Ja. Mein Mann. Das ist bestimmt jetzt richtig ätzend. Ich weiß nicht, ob man das schaffen kann. Ich will sie rausfinden. Sonja, so weit warst du noch nie. Wuuuuh. Ach. Was soll's? Was, ich bin tot. Ja, doch. Das dürfte man doch nicht einmal geschafft zum Video bekommen. Oder? Nein! Jetzt ist es so einfach. René wird gewinnen. Mach die Runde zu Ende, René. Nein! Als ob er das jetzt geschafft hat. Krass. Okay, jetzt bin ich echt. Das ist krass. Aber das zeigt schon mal, wie viel weiter René einfach ist als wir. Was ungefähr. Hast du einfach online gegen irgendwelche Leute gespielt, oder wie? Nö, ich hab das Spiel insgesamt sechs Stunden gespielt, mehr nicht. Ja, 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 ja. Ja, jetzt fühlen wir uns natürlich besser. Den... Den...